guten abend meine freunde spaß leute herzlich willkommen zu einem neuen video für mich mein name ist luca im hintergrund seht ihr andy mein nachbar hallo ich zerstöre gerade in fifa sehr gut ja auf jeden fall die frage ist warum mache ich das um 23 uhr 27 an einem samstag und zwar das folgende grund dass wir jetzt gleich noch unterwegs gehen und ein paar fotos machen und ich euch da auf jeden fall noch mitnehmen will unterwegs gehen unterwegs gehen kein deutsch keine ahnung alter wir sind auf jeden fall gleich unterwegs und machen ein paar pics und so dann nehmen wir euch mit zeigen euch ein paar coole shots aufnahmen und ja wenn ich bock habe mache ich ja noch ein paar bilder vielleicht noch rein ansonsten checkt uns einfach mal auf instagram ab in der infobox verlinkt ihr das bescheid wenn andy es mal geschafft hat hier fifa fertig zu zocken und meine batterie für meine kamera aufgeladen ist dann geht's los wie gesagt es kommen häufiger blogs deswegen checkt auch jetzt meine videos immer wieder ab aktiviert die glocke und schreibt hashtag glocke aktiv in die kommentare falls ihr es noch nicht gemacht habt leute erkennt ihr die wohnung hier war doch was oder hier war doch was aber wir haben umgestellt leute jetzt so sieht es falsch aus oder schaut mal hier jetzt so ihr wisst ja noch wie es vorher aussah ne gönnt euch die uhr da oben die geht nicht mal die schnur deko wir sind glaube ich der einzigen menschen die am ein uhr nachts rausgehen um bilder zu machen andere gehen feiern wir gehen pics machen deswegen jetzt kurze b-roll action wir gehen uns erstmal kurz rein auf Das war's für heute. So Leute, das war's von dem Vlog. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wie ihr wisst, wurde jetzt die Zeit umgestellt. Also bei uns wurde jetzt heute die Zeit umgestellt. Eigentlich müssten wir jetzt eine Stunde zurück sein und eigentlich dahin gehen, wo wir vor einer Stunde waren. Okay, irgendwie wäre das jetzt ein bisschen komisch. Aber irgendwie wäre es auch cool, so in die Vergangenheit zu reisen. Ja, ansonsten war's das von dem Vlog. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Wie gesagt, checkt uns gerne auf Instagram ab. Die Bilder habt ihr ja gesehen. Wahrscheinlich schon. Und ja, ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Vlog. Euer Luca. Bis dann. Ciao.